Jo, Hallöchen! Herzlich Willkommen jetzt zurück auf SkyDefense & Co. Ja, ich bin's wieder, Tinkerbell. Wir sind immer noch bei Legal & Mentions. Wir befinden uns, wo sind wir? In der Nudel-Restaurant. Ja, ich habe zumindest erstmal herausgefunden, wie ich auf den Knopf drücken kann. Ja, ich bin auch ein Idiot, davon abgesehen. Gut, aber jetzt mal auf was anderes zu kommen. So, hier soll ich eine Stange pflastern. Ja, habe ich nicht. Aber wie kriege ich das Ding hier auf? Ja, ich habe schon mit einem versucht dagegen zu feuern, hat aber nichts gebracht. Also, eher das geringe Gegenteil. Also, es hat nichts funktioniert. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich da ankomme. Ich könnte zwar noch was versuchen, das sieht mir fast aus wie ein Einlass schützen, aber glaube ich nicht. So. Kommt um mal her. War es da richtig jetzt? Nein, eben nicht. Ja, ich kann auch mal Hilfe gebrauchen jetzt, weil ich muss wissen, wie ich da ran komme. Ähm, ne. Ja, es war das letzte, was ich jetzt probieren konnte, mit Wasser irgendwie, aber scheint ja nicht so wirklich zu funktionieren. Ja, gut. Bin ich ein bisschen sehr enttäuscht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da ran komme. Hier brauche ich auf jeden Fall noch eine Stange zu bauen. Ich weiß nicht, ob es denn aufgeht. Keine Ahnung. Ich habe, ich habe den nicht. Ähm, achso, mach, hast du mal, ähm, Legolas auf? So, weil, ich brauche hier noch Legolas, ähm, habe ich nicht. Also, ähm, gut, ähm, ich muss jetzt wieder nach oben. Und zwar muss ich jetzt in die Wand. Und zwar... Ähm, nee, so Alpha 16 geht das nicht. Ich muss jetzt mal die Leiter hochtettern. Äh, und das zum Moment. So. Okay. Weil ich war ja einmal eine Wand, äh, und ja, das hat mir natürlich nichts gebracht. Ich hatte ja erst mal den Hebel da umgelegt. Jetzt muss ich aber zur Wand. So, und kann denn hier rauf. Und dann kommt unten gleich ein nettes Mini-Kätzchen raus. Müsste eigentlich. So, kommen wir schon noch ein paar China-Reichnudeln-Pakete. Da ist es. So. Sehr schön. So. Bing. Genau, das haben wir. Ähm, mein Goldfisch ruft mich. So. Dann werden wir jetzt mal Kitty benutzen, weil wir haben noch Kitty-Aufgaben zu machen hier. So. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon mit Kitty zu machen. Ja, na logisch. Okay. Alles klar. Ja, ja, ich werde das mal hier einsammeln. Erstmal noch eine Einsammeln lassen. So. Äh, okay. Dann zeigst du mir zwei Sachen an, wenn du sowieso nur eins machst. So, da haben wir einen Hebel. Wow, wo viel denn denn? Okay, lass uns erst mal da reingehen. Dann machen wir gleich noch den Hebel. Äh, Okay, ich muss hier raus. So. Dann machen wir erstmal das hier noch kaputt. So. Alles klar, die. Äh, das kann ich bauen. Ne, kann ich nicht. Okay, ähm, hier wird ein Mini-Kätzchen angezeigt. Ja, okay. Gehen wir zum Weg. So, und nun? Ja, okay. Jetzt habe ich wieder was mit Bonny gekriegt. Ich würde mir sagen, dagegen springen. Hm. Ja, ja, ja. Das kracht aber ein schönes hier. Ähm. Was soll das denn jetzt hier? Wo ist der Dick-Michem? Da lang? Da lang? Da lang? Okay. Alles klar. Deswegen wurde ein Mini-Kätzchen angezeigt. Hier kommt auch noch eins raus. Na super. Da wird das auch schon gemeistert. Okay, dann werde ich jetzt gleich mal untersuchen, was da hinten war. Haben wir sonst alles hier untersucht schon? So, da hat das Mini-Kätzchen mal rausgekriegt. Sonst wird auch keins hier angezeigt mehr, ne? Ja. Ja gut, das kriege ich momentan hier nicht raus. Ähm, okay. Hier gibt es noch ein bisschen was einzusammeln. Warum hat das vorhin, äh, die haben wir nicht gemacht. Gut, die restlichen gehen nicht. Was ist das denn? Eine Röhre mit Stützern, ne? Und hier sind wir gekommen, ne? Ja. Können wir da rein? Komm mal. Ja, so mal funny. So. Okay. Äh, äh. So, der Regenbogen. Jetzt werden Regenbogen kapuziert. Oh. Das Ding hatte ich ja schon aufgemacht, ne? Okay, da ist nichts drin. So. Lass mich raus. So. Äh, okidoki. Dann werde ich... So, ein paar Stutz ansammeln. Und dann werde ich jetzt da hinten auf den Schalter drücken. So. Mal sehen, was denn passiert. Ähm. Blübbe. Was? Kommt ein paar Stutz raus, oder was? Hä? Das war's jetzt, oder was? Really? Da kam nur Stutz raus. Ist jetzt nicht der in Ernst, ne? Aber Minikit wird ja gar nicht mehr angezeigt, hier. Ich sehe zumindest nichts. Okay. Ja, dann müssen wir wohl erstmal wieder raus. Begreife, sagen wir mal nicht so vor, ehrlich. Ich will mal gucken. Haha. Das Ding ist nur, ich komme hier nicht runter. Aber das Ding ist schneller als ich, ja? Wie komme ich jetzt da rein? Wer kann sich, äh, wer kann schleichen? Ah, super. Gut, dass du gleich hier oben auftauchst. Das gefällt mir. Oh, ich werde hier angezogen vom Alarm. Nein, das meine ich nicht. Sie unsichtbar machen. Wie kann ich mich denn unsichtbar machen? Das verdammte Mal. Oh. Ja, der zückt immer ein Teil, also das kann nicht wahr sein. Wie soll ich denn da ankommen, bitteschön? Hä? Ähm, hallo? Da stellt sich mir da wirklich eine Frage, wie ich da rankommen soll. Na also, jetzt taucht das erst auf, ja? Wer ist denn das? Kann ich nicht erkennen. Wer ist denn das? Ja, klasse. Ja, klasse. White style. Hey, was ist denn da hinten? Jo, steht mir leider auch im Weg. Wir sehen uns später. Ja. Eine schlechte Rausbeute kann man ja gar nicht machen. Okay, ja, jetzt gehen wir einfach rum. So, jetzt gehen wir raus. So, jetzt müssen wir hier weitermachen. Jetzt müssen wir hier das Farbenspielchen machen. Ich werde krank. Man kloppt drauf. Kloppt immer auf den Karton drauf da. Äh, wo ist denn das Farbenspielchen? Äh, wo ist denn das Farbenspielchen? Ach da, unten. Unten rot. Nee, ich habe jetzt... Moment, wo ist das... Wo ist denn Gandalf? Da. Da. Blau. Da habe ich jetzt Superman. Äh... Ja, danke. So, ähm... Gelb habe ich jetzt, ähm... So. Ich mich auch. Ich meine sogar mit Vergnügen. Ich meine sogar mit Vergnügen. So. Okay. Dann sind wir mal im nächsten Raum. Äh... Ja, da habe ich doch gleich mal was für Batman zum Ziehen. Und da brauchen wir eine leuchtende Wand. Ich meine einen leuchtenden... Ähm... Okay, wenn du erst leuchten möchtest, dann kannst du auch leuchten. Ja, dann bewältigen mal. Ja, und? Den kann ich auch nicht rausholen. Ja, ja. Ich kann es mir mal in Ruhe lassen. So. Okay, ähm... Batman. So. Komm mal her. Da muss man kurz eine Runde ziehen. Da muss man kurz eine Runde ziehen. Ja. 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 Ja, jetzt haben wir das nächste Raumspiel. Oh. Nee, ne. Ja. 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 war ich hier gerade oder und schon selber raum ja 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 der glaubt man kommt einen anderen raum aber nie drauf auf die kacke so warte mal zu ziehen wir erstmal hier ich mach dich mal froh das hat nun ganz gut funktioniert und dann da mache ich mal auf welche farbe auch immer es ist so gelb so das ist gelb geht man bitte auf blau wo ist blau auch da und batman dich habe ich auf rot gestellt wenn ich betten kriegen dürfte danke so rot ist er da genau ja aber nicht um die ecke da hat man kein rot so hat auch funktioniert so was ist das denn jetzt hier ich bin schmutz schon wieder hier haut ab hier okay die dinge kaputt machen hier so cool zu wissen das ist nun mehr schmutz man hau doch mal ab jetzt hier sagen wozu seid die anderen da hier um nichts zu machen oder was stehen denn rum lassen sich vermöbeln also das glaube ich ja nicht so okay ist das wieder eine wand zum kaputt machen mal her hier das wird zwar nicht angezeigt aber ich teste mal lieber mehr nirg Hä? Ja, okay. Das sieht neu aus. Hier brauche ich gleich Walz, da. So, wie es aussieht. Und hier muss ich wohl ein bisschen zaubern und so, wie es aussieht. Sieht mir so aus. Muss ich den Kackchen nicht kaputt machen? Muss ich eigentlich auch kaputt machen? Äh, ja. Okay, Walz, wo bist du? Wo ist Walz? Ja. Gar nicht drauf. Warum sagt mir das denn keiner? Ja. Hm, 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 hm. So. Dann kommen wir her. Wir brauchen dich mal, weil irgendwie ... so weißt du sollst in der mitte ok ja und links und rechts ah ok deswegen ging es nicht kaputt haha alles klar ja das farbenspielchen muss natürlich auch aufgebaut werden haha so ok dann schauen wir gleich mal wie die farben wieder gesetzt werden müssen so ok blau oben da nehme ich mal superman die nehme ich mir runter werde man ein bisschen auf gelb und gandalf auf rot so dann fange ich mal mit gandalf ach so ja ich muss die dinge jetzt erst mal aktivieren wer lohnt man ist klug aber erstmal mach ich das hier kaputt so so hier ist ja noch was moment so man machte man ihn direkt da nieder so nochmal bitte jetzt haben wir superman ist dann flotter alles aber gut jetzt haben wir drauf hier auf dem steigeisen so rot na sehr schön du sollst ja rot sein superman soll auf blau du gehst auf blau batman du gehst dann bitte auf gelb so ja funktioniert doch so irgendwie habe ich einen trick anscheinend jetzt raus einigermaßen zumindest ich kann jetzt mal verschwinden jetzt hier jetzt mal rumstehen diese beschissen ey so ok wo lang geht es hier runter ne ja ok ja keine wand nix da nix da nix luci ok so hier geradeaus ok das sieht aus wie der gezeitenstein Nein. Saruman. Ja. Ähm, bevor... Alter, ey. So, bevor... Ich hör einfach mal drauf, dass sowas... Ähm... Oh Gott, die haben wir noch nicht gerettet. Ja, super. Ähm, ja, bevor wir den Saruman angehen, äh, machen wir ein kleines Bäuschen und das kommt dann im nächsten Part. Also schnallt euch an und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Okay, bis dann. Sagt euer Tinkerbell. Ciao, ciao.